Wir schauen jetzt ein Video von KuchenTV zu T-Tags rassistischen Aussagen und ich glaube, dass ich hier nicht ganz dem Video zustimmen werde, aber schauen wir mal. Jo Freunde der gottlosen Verteidigungs-Streams, ich denke viele von euch werden mitbekommen haben, was T-Tag momentan so abzieht. Er hat jetzt auch schon wieder komplett daneben gegriffen und das nicht so T-Tag mäßig wie wir das kennen, sondern einfach komplett. Einige Informationen habe ich übrigens von Traymond bekommen. Wie würde Jasis jetzt sagen, bitte nicht. Bei einem Sozius, habe ich letztens gelernt den Begriff Sozius, kennst du beim Motorrad gibt es diesen Miniwagen, so einen ganz kleinen Wagen, wo einer mitfährt. Manchmal sind es auch so Kapuzineräffchen und äh, ja äh, Kapuzineräffchen und äh, KuchenTV. Nach seinem Schlussstrich Video, was schon nicht so gut angekommen ist, hat er sich gedacht, hey, mach ich doch ein. Ähm, ganz kurz. Ähm, wir machen hier keine Wahlwerbung für irgendeine Partei im Chat und ich weiß auch nicht, was der Sinn davon sein soll, dass du jetzt hier reinschreibst, ähm, dass du jetzt hier reinschreibst, dass man AfD wählen soll. Ich glaube nicht, dass das die Art von Wahlkampf ist, die euch hilft. Aber gut, vielleicht sollte ich euch einfach keine, keine strategischen Tipps geben. Einfach mal einen mehrstündigen Verteidigungs-Stream. Schon da hat er sehr komische Aussagen gebracht, aber als er danach noch auf das Weird Flex Video zu Miss Germany reagiert hat, da war es wirklich komplett vorbei. Wir können uns ja einfach mal angucken, wie ein Stay da reagiert hat. Okay, Thomas, du kleiner Huss. So, und jetzt hören wir mal zu, ja? Also bei diesem ganzen komischen, du verstehst nicht, wie Menschen in der Gesellschaft leben, bin ich ja noch einer, bin ich ja noch bei einer Sache, ne? Aber wenn du hier anfängst mit Blut, Bodenrhetorik, von Herkunft und Gen zu sprechen, dann kriegst du von mir aber auch andersmal die F*** poliert. Das sag ich... Ah, stay. ...deh jetzt so wie es ist, weil das ist straight up Faschistenrhetorik. Also vielleicht bist du einfach nur ein dummer, kleiner... Aber was ist überhaupt passiert? Angefangen hat die ganze Thematik bereits letztes Jahr. Titek hat damals ein Video zu der Rammstein-Thematik gemacht, wo er Frauen eine klitzeklitzekleine Teilschuld gegeben hat. Eine klitzeklitzekleine Selbstschuld. Da diese sich laut ihm durch Naivität in gefährliche Situationen bringen. Das Ganze hat er aber in seinem Video jetzt auch revidiert und sich für die Aussage entschuldigt. Die ist absolut dumm gewesen. Ein Opfer trägt natürlich niemals Schuld, wenn ihm etwas angetan wird. Und das ist auch eigentlich schon sehr gut. Und ich finde, dabei hätte er es eigentlich auch belassen sollen. An dem Punkt war es eigentlich ziemlich gut. Da war es eigentlich super beendet. Aber dann kam leider noch was danach. Und ja, man tut ihm in Teilen auch Unrecht. Absolut. Aber man hätte eigentlich wissen müssen, dass das dazu führt. Also das war auch ein bisschen naiv, dass man davon ausgeht, dass da nichts passiert. Und dementsprechend trägt er auch an dem, was danach passiert ist, eine klitzeklitzekleine Teilschuld. Könnte das Video jetzt tatsächlich auch einfach enden. Aber Titek macht natürlich einfach wieder Titek-Sachen und muss natürlich nochmal klarstellen, dass er sich nicht bei jedem entschuldigt. Ich möchte nämlich betonen, dass ich mich nur bei den Personen entschuldige, die ich auch damals mit gemeint habe. Denn ja, ich habe damals eine dämliche Aussage getroffen, aber trotzdem haben sich so viele Leute angesprochen gefühlt, die ich halt damals schon nie mit gemeint habe. Wenn jemand kommt, ne dumme Aussage. Wer ist die Frau oder? Hier kommt der Leute ja. Mit wem redet der Typ? Jetzt kann ich dich wissen lassen, wie lange ich dabei bin. Kurze Fremdwirkung. Imk ist der Beste, Kuchen und sein Sohn hier sind auch ganz gut. Nur Titek, der ist nicht sehr gut. Ey, jetzt nicht hier gegen Titek Front. Ich glaube ja immer noch, dass er ein lieber Typ ist. Nur seine Aussagen sind nicht sehr gut. Ich habe noch Hoffnung in ihn, wirklich. Wir müssen nur schauen, dass er von der Bahn, wo er gerade drauf ist, auf jeden Fall runterkommt. Und ich sage mal so, ich gebe mein Bestes. Wir sollten alle unser Bestes geben. Und ja, Imp ist der Beste und ein paar andere sind auch die Besten. Kuchen und sein Sohn, genau. Wenn ich mal das N-Wort benutzen würde, dann würde ich mich ja später auch nicht bei Weißen entschuldigen. Er meint Neitan übrigens. Ich möchte mich auch jetzt nur bei den Leuten entschuldigen, die ich damals mit gemeint habe. Und nicht bei denen, die sich damals angesprochen gefühlt haben, obwohl ich sie überhaupt nicht mit gemeint habe. Nur weil sie sich selbst gerne in der Opferrolle sehen. Ja, also ich entschuldige mich für diese allgemeine Aussage, die man auch falsch hätte auffassen können. Aber nur bei den Leuten, die ich auch wirklich gemeint habe. Er zeigt danach in dem Video halt wirklich noch einzelne Kommentare und nochmal klarzustellen, dass man sich bei der Person ja auf gar keinen Fall entschuldigt. Warum macht man sowas? Macht doch einfach eine allgemeine Entschuldigung. Es hätte doch danach eh niemand mehr interessiert, wer jetzt genau gemeint gewesen wäre und wer nicht. Es war eigentlich so irrelevant. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Titek, ich habe da auch mit ihm drüber gesprochen. Es lohnt sich nicht. Es kann ja sein, dass er bei dem Punkt irgendwie richtig lag. Ganz logisch betrachtet und so weiter. Aber was bringt es ihm recht gehabt zu haben? Also manchmal musst du auch einfach sehen, dass nicht jeder Mensch komplett analytisch und rein unemotional auf alles drauf blickt. Und alleine mit diesem Blickpunkt kommt man auch nicht immer ans Ziel. Also es bringt nicht immer was, nur so auf Dinge zu blicken. Der Vergleich mit dem N-Wort ist auch ein bisschen komisch. Denn wenn Leute sich für das N-Wort entschuldigen, habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Okay, sorry, dass ich das gesagt habe. Aber nur bei den Schwarzen, bei den Weißen entschuldige ich mich nicht. Dazu können ja auch Weiße... Hier mal ein Beispiel, bei wem ich mich nicht entschuldige. KuchenTV, der ist zu weiß. Theoretisch betroffen sein. Wenn zum Beispiel in der eigenen Familie oder im Freundeskreis Leute sind, die durch dieses Wort angegriffen worden sind. Daher könnte man sich dann auch genauso bei denen entschuldigen. So macht eine Entschuldigung halt wirklich gar keinen Sinn. Aber gucken wir mal rein, was er im Stream so gesagt hat. Naja, theoretisch machen sowas auch Frauen nur in geringerem Ausmaß. Ja, ich glaube auch, aber ich kann mir vorstellen, das ist natürlich jetzt auch kein Wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die sowas machen, das nicht machen würden bei anderen Grabschern. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass Täter das nie bei anderen Tätern machen würden, sondern halt bei Opfern, blöd gesagt. Okay, Bro, und woher sollen die jetzt wissen, wer von ihnen Opfer und wer Täter ist? Läuft das so hier? Bist du Täter oder Opfer? Täter, Bro. Achso, ja, sorry, dann kein Problem. Nee, du musst dich entscheiden. Bist du Täter, sonst bist du Opfer? Also, es gibt keine andere Position. Entscheide dich. Du musst dich in der Gesellschaft entscheiden. Ich bringe jetzt mal das Beispiel aus meinem Video, dass wenn du auf der Arbeit in der Cafeteria bist, dass da die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist, dass da genauso gefährlich ist, begrapscht zu werden, wie wenn du im Club mit einem Minirock hingehst. Der Punkt ist halt, dass eben keine Teilschuld existiert. Ja, es gibt gefährlichere und weniger gefährliche Situationen. Aber es ergibt keinen Sinn, einem Opfer, dem, was passiert ist, zu sagen, Ja gut, aber dir ist schon klar, dass das in einer eher gefährlichen Situation war, nicht wahr? Da hättest du schon besser auf dich aufpassen können. Was soll das nämlich bringen? Führt ja zu nichts. Die Tat ist schon passiert. Du kannst natürlich ein Video machen und sagen, hey, hört mir mal zu. So und so könnt ihr aufpassen, dass ihr euch eben nicht in gefährliche Lagen bringt. Euer Getränk im Auge behalten zum Beispiel. Oder Standort an Freunde schicken, dass man eben Handystandort oder so. Alles in Ordnung. So ein Video kannst du machen. Aber bezieh das nicht rückwirkend auf Taten, die schon passiert sind. Das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt hier. Natürlich sind die Gefahrenverhältnisse davon ganz, ganz andere. Und das heißt ja nicht, dass aber in der Cafeteria nichts passieren kann. Aber das heißt, dass wenn in der Cafeteria irgendwas passiert, dann kann man dir noch nicht einmal eine schlechte Entscheidung zuschreiben. Auch die Aussage finde ich persönlich etwas schwierig. Denn er sagt ja... Man kann ja nicht immer einschätzen, was eine schlechte und was eine gute Entscheidung ist. Also theoretisch gesehen gab es immer irgendwann den Punkt, wo du dich anders hättest entscheiden können, dass nichts passiert wäre. Aber das weißt du halt einfach nicht. Also theoretisch kann es sein, dass wenn du zwei Minuten später losgelaufen wärst, dass dir nichts passiert wäre. Aber du kannst es halt nicht immer wissen. Es ist halt immer eine Frage von, wie du Risiken kalkulierst, wie weit du die Lage einschätzen kannst und so weiter. Das ist alles so ganz diffus und schwer einzuschätzen. Und wirklich zu sagen, das war eine dumme und das war eine nicht dumme Entscheidung, kann man halt auch nicht sagen. Das ist halt... Ja, im Grunde. Also ein Minirock im Club zu tragen, das ist schon eine sehr unkluge Entscheidung. Nein, es ist nicht unklug, einen Minirock im Club zu tragen. Die Frage ist halt auch, was wäre, wenn ich einen Minirock in der Cafeteria trage? Das Ding ist, dass Frauen wirklich überall belästigt werden. Und das auch unabhängig von der Kleidung. Das hat Carina Posch in ihrem neuesten Video auch nochmal aufgegriffen. Und auch Joko und Klaas haben das in ihrem Männerweltenvideo damals schon thematisiert gehabt. Du kannst auch in Jeans, Hoodie und Mütze in den Club gehen und kannst genauso belästigt werden, wie wenn du einen Minirock anhast. Daher... Kann in beiden Fällen passieren. Die Frage ist, ob du es vielleicht damit ein bisschen wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen kannst, ist Spekulation. Ist es nicht unbedingt eine unklug... Also instinktiv würde ich sagen, ja. Du kannst es damit wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlicher machen. Aber es ist halt auch nur eine Frage von wahrscheinlich wenigen... Es ist ein sehr marginaler Unterschied wahrscheinlich, den du damit potenziell bewirken kannst. Kluge Entscheidung, das zu tragen. Aber auch Kaila wird anscheinend gefrontet. Es war halt aus meiner Sicht nicht so eine kluge Entscheidung zu sagen, da ist so eine völlig Fremde, die redet hier zwei hübsche Frauen an, die mit auf eine Aftershow-Party kommen soll von einem Rock-Konzert, Rock'n'Roll. Muss man ja sagen, wird ja oft mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll in Verbindung gebracht. Und dass dann auf dieser Aftershow-Party von einer Rock'n'Roll-Show Sex, Drugs und Rock'n'Roll stattfindet, ist jetzt... Ja, das Ding ist nur, Titek, es bringt nichts zu sagen, dass das gefährlich ist im Nachhinein. Also, ich meine, du brauchst dir nicht im Nachhinein Schuldgefühle machen. Das ist halt sinnlos. Du kannst natürlich im Vorhinein ein Video machen und uns sagen, ja, geht nicht mit auf so Aftershow-Partys, gerade wenn ihr keine männliche Begleitung dabei habt oder vielleicht euer Handy nicht mitnehmen dürft. Macht das nicht. Ähm, warte mal ganz kurz, wir haben wieder... Leute, nur so, ihr hört auf, ihr Wahlwerbung in den Chat zu spammen. Ey, ich würde das immer wegbannen, wenn ihr Werbung für etwas macht. Aber wie maximal unklug ist das auch noch, dass man hier reinschreibt, guck mal, wählt AfD. Glaubt ihr, so kommt ihr an euer Ziel? Also, wirklich, so viel Intelligenz erfordert das eigentlich nicht. Okay, zurück zum Thema. Zumindest nicht allzu verwunderlich. Also erstmal, ich weiß nicht, ob das explizit auf sie bezogen war oder auch auf andere Frauen, die da mitgegangen sind. Weil als Influencer auf eine Aftershow-Party eingeladen zu werden, ja nochmal was anderes ist als Random-Person. Aber ist es denn für wertlose Menschen eine unkluge Entscheidung, so eine Einladung anzunehmen? Nein, ist es nicht. Und zu argumentieren, dass es ja ha-ha-hihi, Betäubungsmittel und Rock'n'Roll heißt, wird der Sache einfach überhaupt nicht gerecht. Denn in diesem Fall ging es nicht einfach nur um diese Sachen, sondern um diesen krassen Machtmissbrauch, der eventuell zustande gekommen ist. Es gibt Vorwürfe, dass die Mädels komplett unterdrücken. Verfahren ist eingestellt. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Verfahren ist mittlerweile eingestellt. Dementsprechend, juristisch, es ist nicht passiert. Also, es ist nicht passiert, solange bis das Gegenteil bewiesen ist, beziehungsweise ist nichts Justiziables passiert erstmal. Aber Titek hat ja nicht angezweifelt, dass die ganze, hat ja nicht gesagt, juristisch betrachtet unschuldig oder so, sondern er ist ja auf eine ganz andere Stufe gegangen und hat lieber gesagt, ja, selbst wenn es passiert wäre, gibt es eine Teilschuld. Im Nachhinein. Was maximal lost ist. Und das sage ich, obwohl ich Titek mag. Aber das ist einfach nicht. Druck gesetzt worden. Ihnen wurden die Handys weggenommen und sie wurden mehr oder weniger dazu genötigt, da mitzumachen. Der Vorwurf sind nicht einfach diese drei Dinge, wo man sagen kann, hey, das ist Rock'n'Roll, das muss so, sondern halt dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Natürlich kann man bei solchen Partys davon ausgehen, dass da vielleicht illegale Substanzen rumgehen und klar, das ist halt auch verboten, aber das per se ist ja gar nicht der Vorwurf oder das Schlimme daran. Aber sowas gibt dir ja nicht das Recht, beispielsweise die Mädels einfach so unter diese Substanzen zu setzen, ohne dass die das wissen. Viel schlimmer sind allerdings wirklich seine Aussagen zu Miss Germany. Da hat er nämlich unter anderem Folgendes gesagt. Hier ist der Kontext aber wichtig. Mal sehen, ob Kuchen den dazu sagt, weil bis jetzt ist es auf jeden Fall besser als das Video von Traymond. Und zwar mit Abstand. Aber mal sehen, ob er jetzt den Kontext dazu sagt. Und da rede ich jetzt, da spreche ich jetzt aus dem Kontext heraus, dass wenn man davon ausgeht, dass das ein Schönheitswettbewerb ist und wenn es darum geht, dass man hier eine Schönheit, also die deutsche Schönheit repräsentiert, dann fände ich es auch unangebracht, weil sie eine Iranerin ist. Ja, das stimmt halt auch, wenn es darum gehen würde. Wäre halt aber auch weird, wenn es darum gehen würde. Also wenn es darum gehen würde, jetzt die schönste, die schönste deutsche Frau oder die schönste durchschnittlich deutsch aussehende Frau da zu repräsentieren, dann wäre der Wettbewerb halt weird. Also ja, wenn es darum gehen würde, dann wäre es so gesehen falsch, aber dann wäre es halt eine weirde Prämisse, oder? Feichnet sich ja auch selbst als Iranerin. Und für mich ist das natürlich dann dementsprechend nicht repräsentativ für die deutsche Schönheit. Okay? Ist halt eine weirde Prämisse. Und deswegen würde ich schon sagen, wäre das in dem Kontext unangebracht. Irgendwo. Die deutsche Schönheit also, also das klingt für mich so ein bisschen wie dieses Meme hier. Och komm. Ich kann das Denken von ihm halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn wir jetzt noch 1850 hätten und alle Menschen in diesem Land wären blond, blauäugig und im Grunde halt genauso wie ich, also... Also 1850 waren die Landesgrenzen halt auch noch anders. Also da war das, was heute andere verschiedenste Länder sind, auch noch Deutschland zum Beispiel. Also es ist halt immer schwierig. Ich schätze mal, er meinte damit den durchschnittlich mitteleuropäischen Phänotyp, so. Um das mal so auszudrücken, aber es ist halt trotzdem dann einfach... Wenn das die Prämisse wäre, dann wäre das falsch, aber da wäre halt die Prämisse dumm. Würde ich sagen, oder? Sehr arisch. Dann könnte man das... Aber Titek hat auch dazu gesagt, dass er es gut findet, dass es kein Schönheitswettbewerb mehr ist. Das sollte man vielleicht auch nochmal positiver vorheben. Er hat nicht gesagt, dass das prinzipiell schlecht ist. Er sagt, er findet es prinzipiell gut, dass es kein Schönheitswettbewerb mehr ist. Und er findet es auch okay, dass die gewonnen hat, soweit ich weiß. Irgendwo nachvollziehen. Aber wir leben heutzutage halt in einer globalisierten Welt und Kulturen vermischen sich miteinander. Das bedeutet aber nicht, dass nur weil dein Ursprung irgendwo anders ist, dass du weniger deutsch sein kannst als beispielsweise ich. Daher sollte auch jeder, der in diesem Land wohnt, die Möglichkeit haben, Miss Germany zu werden. Egal, ob man irgendwie... Jeder. Ausländisch aussieht oder nicht. Die Schönheit des Landes zu repräsentieren, da muss ich halt sagen, ist eine Iranerin als Repräsentantin der deutschen Schönheit, das passt halt einfach nicht. Es hat nichts mit Rassismus zu tun, überhaupt nicht. Ist einfach nicht passend einfach dann in dem Falle. Inwiefern passt das denn jetzt bitte nicht? Ich weiß nicht, ob du in den letzten 20 Jahren mal das Haus verlassen hast, aber es gibt in Deutschland so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Inwiefern passt das denn nicht? Und solange sich diese Leute in die Gesellschaft integrieren, sind sie genauso ein Teil davon wie du und ich. Wenn sie einen deutschen Pass hat, sehe ich kein Problem und gehe, wie gesagt, ja lange nicht mehr um Optik. Sie kann ja wohl deutsch sein. Ich weiß halt auch nicht, er meint halt ein durchschnittlich deutsches Aussehen, einen deutschen Phenotyp. Das ist, glaube ich, der Punkt, den er machen möchte. Aber das wäre halt super weird, wenn man das als Grundlage für diesen Wettbewerb nehmen würde. Also das wäre eine super weirde Fragestellung schon an sich. Also wenn das so wäre, dann wäre es halt ein ziemlich weirder Wettbewerb. Deutsch zu sein und deutscher Herkunft zu sein, sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Oder deutsch auszusehen wäre jetzt vielleicht besser ausgedrückt, weil deutscher Herkunft ist natürlich schwierig, vor allem, weil sich Landesgrenzen verschoben haben. Diese Diskussion hatte man auch schon damals mit Miss Japan, wo Miss Japan eine Ukrainerin geworden ist. Wenn ihr an japanische Schönheiten denkt, denkt ihr dann an eine Ukrainerin? Was hat das damit zu tun, wie lange sie hier ist? Wenn ich an japanische Schönheiten denke, wenn ich daran denke, was würde für mich die japanische Schönheit repräsentieren, dann denke ich nicht an eine Ukrainerin. Dann denke ich nicht an eine Weiße. Ja, aber es geht nicht darum, ob sie deutsche ist, sondern ob sie deutscher Herkunft ist. Aber die Prämisse hat Titek doch selber aufgestellt. Woher kommt die denn? Also die ist halt dumm, diese Prämisse. Ja, unter dieser Prämisse würde das, was er sagt, Sinn ergeben, aber die Prämisse ist dumm. Man kann nicht immer argumentieren, aber sie ist deutsche, sie ist deutsche, sie ist deutsch. Also erstmal kein Plan, wie japanische Schönheiten aussehen, die sind irgendwie immer alle zensiert. Natürlich kannst du sagen, dass du die Schönheit eines Landes am stereotypischen Aussehen der Leute dort festmachst. Oder wie es diese Wettbewerbe heutzutage meistens tun, einfach generell die hübscheste Person, die in einem Land lebt, zu küren. Den Vogel abgeschossen hat er aber wirklich mit dieser Aussage hier. Ich sage es nochmal, extra für dich, Wackel, Verlackel, extra für dich. Deutsch zu sein, ist was anderes als deutsche Herkunft, deutsche Gene, deutsches Blut. Ja, man muss zugeben, das ist offensichtlich nicht ernst gemeint. Aber ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass das ein kluger Joke, überspitzter Aussage, was auch immer ist. Also, einem muss eigentlich klar sein, dass das nicht, dass das nicht smart ist. Das ist ein Unterschied. Es geht nicht darum, ob sie einen scheiß deutschen Pass hat. Deutsches Blut und deutsche Gene ist halt Realtalk einfach Faschisten-Rhetorik. Es ist halt irgendwo schon klar, was er damit aussagen möchte. Aber das macht das Ganze nicht besser, sondern er... Ähm... Ja, ich meine, abhängig vom Kontext. Wenn du halt so einen Gentest machst und, ähm, also so, so hier, so, so ein Gentest, wo du so einmal so diese Stäbchen im Mund nimmst und das dann so wegschickst und dann rauskommt, woher deine Gene sind, dann können da theoretisch auch, ich glaube, das ist nicht so genau, dass das jetzt ländergenau ist, würde ja auch wenig Sinn ergeben, weil sich Landesgrenzen verschoben haben und so weiter. Aber dann gibt es natürlich da auch so gesehen deutsche Gene. Aber das ist in dem Kontext natürlich was anderes. Also, ich würde nicht sagen, dass es prinzipiell, dass T-Tag irgendwie prinzipiell Faschisten-Rhetorik verwendet oder so. Ich glaube, das war an dem Punkt halt wirklich überspitzt ausgedrückt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich ernst gemeint hat und das wäre nicht wirklich fair, ihm das vorzuwerfen. Ekelhafter. Und man sollte sich überlegen, wenn man solche Wörter braucht, um seinen Punkt zu untermauern, dass man vielleicht dann nicht so ganz die richtige Meinung hat. Ihr seid wirklich der dümmste Haufen, den ihr hier gesehen habt. Wirklich, ihr seid ja wirklich der dümmste Haufen, echt. Chat, seid ihr auch mein dümmste Haufen? Also, ich finde euch relativ intelligent, aber gut. Kenne ich irgendjemanden von dem dümmsten Haufen hier? Begründe mal, warum Deutsche weiß sind. Oh ja, sorry. Wusste ich über... Klar. Nö, okay. Also, ich wusste gar nicht, Deutsche... Begründe mal, warum Deutsche weiß sind. Warum Deutsche im Durchschnitt weiß sind? Weil wegen der entsprechenden Klimazone, weil man in Deutschland im Durchschnitt, also im Mitteleuropa so gesehen, im Durchschnitt keine dunklere Hautpigmentierung brauchte. Das ist der Grund, warum der durchschnittliche Deutsche eine eher helle Hautfarbe hat. Oder der durchschnittliche Mitteleuropäer. Deutsche sind natürlich schon immer lila gewesen. Lila. Das ist die Deutsche. Klar. Ja, Deutschland war früher weiß. Da hat er ja recht. Aber das hat sich halt heute zum Teil einfach gewandelt. Die Frage, die sich mir auch stellt, was ist zum Beispiel mit der deutschen Nationalmannschaft? Da sind ja schon ziemlich viele Schwarze drin. Also, dürfen die überhaupt für Deutschland spielen? Oder auch Treyman. Der hat zum Beispiel in seinem Video gezeigt, dass er bei deutschen Meisterschaften im Powerlifting mitmacht. Der wollte nur angeben. Ist er denn dafür überhaupt deutsch genug? Und die bessere Frage ist, ist er stark genug, um Ricarda Lang hochzuheben? Wenn ich mit meinen Kollegen, und ich hab viele Leute, viele Menschen in meinem Leben schon getroffen, und jeder, der deutsch war, war weiß. Jeder, der türkischer Herkunft war, jeder, der iranischer Herkunft war, war nicht so weiß wie die deutschen Kollegen, die ich hatte. Schwierig, schwierig, schwierig. Komisch! Also, so wie er es ausdrückt... Ops, Entschuldigung. Also, es gibt natürlich... Es gibt natürlich irgendwie so ein Ding, was da... Es gibt natürlich so ein Ding, wo man ihm prinzipiell noch so teils zustimmen kann, wo man teils schon irgendwie dafür argumentieren kann, dass ein Teil von dem, was er sagt, auf irgendwas begründet, oder man es irgendwie umdichten kann. Aber so wie er es ausdrückt, ist es halt einfach dumm. Also, es gibt... Also, so wie er es ausdrückt, ist es halt einfach wirklich maximal lust. Dass irgendwas sagt! Wahnsinn! Ey! Wirklich, ich bin wirklich kurz davor, euch wegzubannen für Dummheit. Einfach nur für Dummheit. Weil wirklich, aus eurem Maul kommt nichts Konstruktives, es kommt nur dumme Scheiße. Ich find's hier lustig, dass er davon redet, dass jeder, der deutsch war, bei anderen aber nur über die Herkunft redet. Vielleicht liegt es auch daran, dass er irgendwo selber weiß, dass man auch deutsch sein kann, auch wenn deine Wurzeln irgendwo anders auf dieser Welt liegen. Natürlich kannst du durch solche Eigenschaften meistens feststellen, ob der Ursprung einer Person vielleicht in einem anderen Bereich dieser Welt gewesen ist. Das bedeutet ja aber nicht, dass sich die einzelne Person, die von mir aus eine schwarze Hautfarbe hat, sich nicht genauso deutsch fühlen kann, wie ich beispielsweise. Vor allem, wenn man hier geboren ist oder seit Jahrzehnten hier lebt, warum soll... Klar, also ich kann dem durch... Ich kann natürlich einem Menschen meistens schon ansehen, ob das jetzt eher ein Asiate, eher ein Afrikaner, eher ein Europäer oder keine Ahnung. ähm... ein Inder ist. Also das kann man im Durchschnitt schon Leuten ein bisschen ansehen oder abschätzen. Das geht natürlich. Aber... Das ist ja nicht der Punkt hier. Also warum sollte man das in einem Schönheitswettbewerb danach sortieren oder dann abgrenzen, dass man eben nur als deutsch aussehende Person da mitmachen darf. Das macht ja auch keins der anderen Länder so. Das wäre halt eine dumme Prämisse. Warum sollten sie denn deswegen dann nicht an solchen Wettbewerben mitmachen dürfen? Ich verstehe das halt wirklich nicht. In Japan ist jetzt die... die Repräsentantin der Schönheit in Japan ist jetzt eine Ukrainerin. Also das Schönheitsideal jetzt in Japan ist jetzt nicht mehr japanisch. Ist jetzt nicht mehr mit den... mit der Augenform, sondern ist schöner, wenn man das nicht hat. Ist schöner, wenn man nicht die typisch asiatische Augenform hat. Ja, lustigerweise ist das Schönheitsideal in Japan tatsächlich... Also das ist halt wieder so, weil es eine Wettbewerb gibt, wo es dann eine Ukrainerin jetzt eben zur Miss Japan geschafft hat. darf es dann nicht mehr in Japan schön sein, eben asiatische Augen zu haben. Das ergibt ja einfach gar keinen Sinn. Vor allem äh... vor allem ähm... Japan besteht ja eher aus verschiedenen Völkern, die früher auch mal zusammengesongen sind. Also die haben auch gar nicht alle die gleiche Augenfarbe und so weiter. So einfach ist es halt auch wieder nicht. Westlich geprägt. Also dieser Punkt stimmt einfach schon mal gar nicht. Darauf wurde er im Chat auch hingewiesen und er sagt dazu folgendes. Ja und das finde ich zum Beispiel ist... finde ich gar nicht so eine schöne Entwicklung. Du sagst hier in Japan ist doch was anderes, da diese die westliche Schönheit stark anstreben und glorifizieren. Das finde ich gar nicht so eine schöne Entwicklung ehrlich gesagt. Ich will ja nicht jemandem vorschreiben, was er zu glorifizieren hat. Aber ich finde es einfach keine schöne Entwicklung, weil ähm... für mich ist das so ein bisschen als ob die unzufrieden damit sind, wie sie aussehen. Weißt du was ich meine? Und sehr viel verändern wollen an dem, wie sie aussehen. Was ich halt... Ich finde nicht, dass die Entwicklung negativ ist, denn es bedeutet ja nicht... Hm... Negativ. Ich würde sagen, die Entwicklung ist... Also ich würde das jetzt gar nicht so grob einordnen wollen. Man kann es doch eh nicht ändern. Man kann es natürlich für sich schlecht finden, aber ob ich das jetzt negativ oder positiv finde, es wird realistisch nichts daran ändern. Nicht, dass man sich selber nicht schön findet, sondern einfach, dass man vielleicht andere Merkmale aus anderen Kulturen einfach hübscher findet. Ich sehe da auch ehrlich gesagt gar kein Problem dran. Aber gerade er, nach diesen ganzen komischen Aussagen, sagt am Ende dann folgendes. Ich weiß nicht, was daran so problematisch ist. Und es macht mich wirklich langsam sauer, dass die Leute mich so als Teufel darstellen. Als ob ich... Der cancel... Der Mensch wäre, den er am meisten im Internet canceln sollte, weil ich die Wahrheit ausspreche, weil ich aus der Realität heraus argumentiere. Verstehe ich nicht. Es macht mich mittlerweile wütend, wirklich. Ja, Bro, ich kann gar nicht verstehen, warum die Leute dich so hinstellen. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Denke ich, dass Titek ein Rassist ist? Nein. Ich denke, dass er sich tatsächlich einfach sehr dumm geäußert hat oder... Fair. Kuchen, sehr fair. Finde ich gut. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er ein Rassist ist. Wir sollten ihn auch nicht da hinstellen, wir wollen ihn ja schließlich nicht an Rassisten verlieren. ...da er eine sehr dumme Meinung hat. Ich weiß auch nicht, was momentan mit ihm los ist, denn die Entwicklung im letzten Jahr ist halt wirklich sehr, sehr traurig. Am Anfang hat er in seinen Videos sehr ruhig, sehr sachlich gewirkt, aber gerade die letzten Videos und auch der letzte Stream haben dieses Weltbild von mir zu ihm halt einfach wirklich kaputt gemacht. Ich weiß ja doch Realtalk nicht, wie er da halt wieder rauskommen soll, außer mit einer 20-minütigen Entschuldigung und dann wird er wahrscheinlich trotzdem weiter unbeliebt sein. Naja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns bis dann. Okay, thanks, bye. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Schreibt eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, ich versuche, mein Bestes, dass T-Tech wieder auf die gerade Bahn kommt. Anders kann man es eigentlich auch gar nicht bezeichnen. Also ich glaube, das ist halt, oder betrachten, es ist halt wirklich eigentlich einfach das Beste, was man hoffen kann, dass es eben irgendwann wieder besser wird und dass er nicht mehr solche Aussagen bringt, wie er sie jetzt gebracht hat. Das ist 13-8-2-0-3-4-0-4-0-5-2-0-5-0-3-0-5-0-5-0-5-0.